Jo, herzlich willkommen bei einer neuen Runde SkribiU. Jetzt haben wir einen neuen Gast bei uns. Das ist der Shippy. Und die Judith haben wir da, den Philipp, den Manne und meine Wenigkeit. Jo, mein Moin. Hallo. Moin Moin. Ja, ein spontaner Gast hat sich zu uns gesellt. Ja, dann starte ich doch gleich mal eine Runde. Gut, ich muss immer überlegen, was das ist. Oh, und er ist auch gleich dran. Na Mensch. Auf geht's, Shippy. Oh, das hat man gehört. Lautsprecher an. So, was hat er denn? Fisch. Sehr schön. Ähm, ja, warte mal, wie nennen sich denn die Dinger nochmal? Ach nee, doch, was anderes. Ja, wollte ich auch sagen. Hä, hab ich? Jo. Ach so, ist es. Da. Naja, nicht ganz. Ähm. Ist das denn eigentlich schmaler? Ja. Schmaler, okay. Ja, kann man so sagen. Aber, nee, Quatsch ist ja das ja. Man kann es auch hier finden. Wie heißt das Ding? Ich habe die geschrieben, ja, habe ich. Ja, du hast es ja erraten. 4, 3, 2, 1. Mein Gott. Na toll. Ich wollte gerade so... Ach, alles klar. Na toll. Gut. Philipp. Ich wollte gerade so Fran, Saxophon schreiben, aber das wäre ein bisschen zu lang gewesen. Bisschen lang, ja. Oh. Oh, ich bin raus, oder? Oh nein. Was ist denn da los? Marco, was machst du für eine Scheiße schon wieder? Ich wollte Planke schreiben. Okay, was ist das? Mach doch nie so was. Ach, das ist ein... Ach, ja, hier, Spongebob und so. Ähm. Na hier, dieser, äh, mein Gott. Moment. Ja, genau. Wie heißt das? Hm? Nein. AR-Schieber. Ah, jetzt habe ich. Danke. Habe ich es falsch geschrieben? Ja, ich habe es falsch geschrieben, alles klar. So, ich hier. Ich hier. Du da. Na, dann mach mal. Oh, nein, das war... Verdammt. Ähm. Ne, das eine bin ich, das andere, ja. Okay. Das könnte... Könntet ihr gleich erraten. Ähm. Ach, natürlich, das ist auch... Ne, kenne ich nicht. Äh, warte, ich muss Dünner malen. Judith, was ist da los? Ähm. 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 Müsste ich das jetzt so machen? Ja? Oh, ich wollte es eigentlich drauf malen, aber sieh halt. Ach, ist das hier ein elektrischer Stuhl, oder was? Nein. Kommt aber nicht. Ich hätte es eigentlich anders malen müssen. Nein. Dann hab's. Ich kann eigentlich nicht. Ähm. Ah, na klar. Was? Verstehe ich nicht. Auch nicht. Ah. Genau. Alter, Judith, Alter, ist nur so. Fertig. Ja, ich hab's scheiße gemalt. Nicht so schön gemalt. Nee, das ist gut. Ist gut. Hast du fein. Ja. Ah, eine Bühne. Irgendwas mit Wrestling. Ja. Irgendwas mit Wrestling, ja. So ehrlich gewesen. Ah, diese Gummibärbchen-Werbung, ey. Ich spiel immer Wrestling. Ja, ja. Ähm. Mh. Mann. Bist du das? Ja. Oh Gott. Ja, eigentlich geht es um dieses hier. Warum dieses? Ah, ich zeig's mit dem Finger drauf. Ah. Ja, ja. Zeig mit dem Finger auf dem Bildschirm. Da, guck doch. Siehst du das nicht? Eigentlich geht es um dieses. Okay. Nee, mit C? Nee, warte mal. Hä? Und dann? Ein Eikälb mit C. Ähm. Also sind zwei Wörter so. Ja, aber eigentlich so ohne Henkel. Was? Ein Eilglas? Ach nee, ja, 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 ja. Eierbecher, ja. Eierbecher, mhm. Okay. Stimmt. Oh Gott. Philipp hat das ja verraten. Hm. Ja, Philipp ist ja auch, der übt ja auch. Naja, ich bin cheatet. Fahrt auch nicht mal alles. Ja, mach mal ein bisschen größer. Nee, warte mal. Ich mach mal hier so, da so. Meinst du, deine Zeichnung geht auf? Ich weiß nicht. Mal gucken. Äh, Mann. Ja, sorry, das muss jetzt sein. So. Aber es wird gleich besser. Also nein, nicht besser, aber es, so wie ihr es wisst, ist es leckerer. Ach so. Ist eigentlich so ein bisschen runder. Ähm, ja. Ach so. Nee. Ach so, nee, das kann ich nicht schreiben. Nicht? Glaube ich. Also Philipp ist schon, ist schon sehr nah dran. Also ist es das, aber alles geschrieben oder nicht? Genau, genau. Ja, toll. Genau, sehr gut. Kommt aus Frankreich. Man muss jetzt noch wissen, wie man das schreibt, ne? Ja. Ja. Toll. Croissant. Ist auch schön. Oh, nee. Ich hab nichts mit Croissant zu tun. Oh, verdammt. Mann. Hilfe. Aber es gibt es nicht für Croissants. Ähm. Nee. Ja. Ich sieg jetzt nicht. C-R-O-I und dann weiter. Ja, toll. Ja, mit Doppel-S. Passt. Ah, okay. Verschreibt es in Zuru. Die Franzose. Round two. Die Franzose. Schick. So, jetzt kommt's. Oh. Das ist einfach. Okay. Nein, es ist kein Panzer. Warum nicht? Versteh ich nicht. Mhm. Und das soll einfach sein? Ach so. Ah, ja. Okay. Sehr gut, bitte. Nee, mit einer wahrscheinlich. Ja. Ja. Komm, das ist Weltkasse gemalt. Das ist also... Ja. Wunderschön. Das ist eigentlich ein Foto. Ja, wie mein Twister und so. Oh, das wird schwer. Mann, oh. Guck mal, wie ich's denn krieg. Ähm. Upsa. Ja, das hatte ich vorhin auch drin. Immer noch Sport, ey. Ach, C. So, ähm. Ähm. Ja, ich denk mal, ihr wisst, was sein soll. Ja, ja, Erde und so. So, dann, ähm, ganz wichtig, dass... Ah. Ach so. Wo? Nee. So, und jetzt kommt das Wichtige. Mhm, mhm. Etwas Rotes im... Ah, ja, hier, ähm, ähm, Moment. So, äh, jetzt geht mir die Person, die das gemacht hat. Okay, jetzt bin ich wieder raus. Was ist das jetzt? Also ein UFO ist das, aber... Nein. Nicht? Oh, okay. Ah, nee, ist er da oben. Ähm. Oh, im Saal. Moment, Moment. Hm. Milchstraße. Und noch ein paar Buchstaben da oben. Ja, echt mal, was ist da los? Gib mich Buchstaben. Ähm. Nein. Pizza hat, ist auch schön. Gut, ich geb euch mal einen Tipp. Das holt jetzt ein Auto. Nein. Was? Mach nicht sowas. Moment, Moment, Moment. Nee, ich komm nicht drauf. Flugauto. Ja, keine Ahnung, freut mich nicht. Cool. George Lucas, ja, der hat das doch bestimmt wieder geändert. Hello, Musk. Was sind die, wer ist denn das? Okay. Der hat auch ein Auto in zwei drauf geschickt. Ja, wäre ich jetzt, genau, wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Ich auch nicht. Mein besten Willen nicht. Nee. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ganz einfach. Hypotenuse. Schlankensammlung. Eine Seite ist so. Hast du fein gemacht? Und andere Seite? Und andere Seite ist, ups, da ist der Stift. Oh, so. Ah, Moment. Und dazu gehört auch das hier. Ja. Und dann gibt's das in der Farbe, in der Farbe. Oh, weiß auf weiß. Ja, weiß auf weiß, genau. Wüstig. Also es geht auf jeden Fall um Tischtennis wahrscheinlich. Und. Wie jetzt? Ihr übt doch alle. Ja. Ach, Schläger. Ich glaube immer Kellen irgendwie im Kopf. Ja, ich auch. Ich konnte jetzt nicht hingucken. Du musst jetzt konzentrieren. Konzentration. Ähm, äh. Mein Kellen kennt schon wieder. Ich weiß nicht. Judith. Judith! Oh, vier Buchstaben. Oh Gott. Also da gibt es auch. Was? Alter, Sascha, was ist los mit dir? Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. Warte, warte, warte. Ähm. Ähm. Äh, äh. Äh, ach so. Äh, ach so. Natürlich. Mein Gott. Äh, ich bin heute irgendwie schwer vom Begriff. Äh, warte mal, warte mal. Heute? Ja, ich weiß. Danke, endlich sag's mal jemand. Kann ich hier mitmalen? Nee, leider nicht. Schade. Alles durcheinander bringen. Jetzt hab ich's. Sehr gut. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, schön. Marker. 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 Ach, Text. Ja. Na ja, okay. Ja, ja. Na ja, ja, heißt. Okay, machen wir mal das. Ähm. Machen wir mal hier ein bisschen dünner. Oh, Judith war schon sehr nah dran. So, dann machen wir mal hier so, wie sich so ein bisschen. Was? Fenster? Oh. Na, und so weiter. Toll. Der kann nicht mal erzählen, was ist denn hier los? Äh, was für schreibt der denn hier? Ich weiß nicht. Was kann man noch machen? Kann man hier noch. So. Ja, Marco, du bist sehr, 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 sehr nah dran. Nur ein bisschen anders. Mhm. Genau, ja, was können wir denn hier noch machen? Ja. Alter, ist so eine dünne Blume und dann so ein, boah, bla. Hat. Machen wir manchmal ein paar Dörnchen. Oh, Meno. Okay. Ja, keine Ahnung. Da so Zeugs halt. Florist? Nicht ganz. Gibt's auch als Tier. Das ist ein Blumen. Mit SZ. Ja. Was er sonst nie bildet, SZ, aber diesmal ja. Ja. So. Shippy. Oh. Oh. Okay. Okay, verstehe. Scheiße. Wie du hast das? Ne, Kreuz kann's nicht sein, du hast zu lang. Alles klar. Also nicht die Person, sondern das, was man ist. Ach, das ist der Vöter? Ey. Hm. Was war denn da? Ja. Da ist eine Person verstorben. Oh. Ja, mein Beileid nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich's damals ausgerichtet habe. Ich glaub ja, aber... Ja. Hab ich okay. Und warst du mal wieder da? Ja, ja. Oh, wieso mach ich das? Hä? Wieso Doppeler? Egal. Hm. Ist es zu lang? Ach, jetzt mach ich mir die Eindruck auf. Warum? Warum weißt du denn das? Tja. Ich hab geübt. Ja, ja. Sie übt die ganze Woche, damit sie Donnerstag uns alle in die Pfanne hauen kann. Genau. Es soll jetzt so ein Glas mit Wasser drin sein, ja? Ja, ja, ja. Darf nicht so viel verraten. Jetzt, wo sie zwei ist, weißt du, verrat doch nicht alles. Ich will gewinnen. Ich hab... Keine Ahnung. Ja. Los. Voll. Äh. Ich soll mir noch einen Pfeil ranmachen können. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich gerade... Wer hat gerade diesen Zustand, dass er es wusste? War Judith. Ja, ja. Dann mach ich's dran. Ja. Regel erreicht. Gut. Scheibenhonig. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Aber... Na... Man hat das... Man... Naja... Man hat das Gegenteil davon. Aha. Also nicht Kacke, sondern... Ja. Judith, was ist da los? Hm. Äh, was kommt? Äh? Das ist das Gegenteil von Kacke? Äh. Ah. Kacke im Mondlicht? Nee. Das Gegenteil. Mit P. Oh Gott. Das kann ja nur Pipi sein. Was ist da los? Mist, so. Mist, so. Mist, so ein... Ähm... Alles klar. Backe? Ja. Was? Mist, so ein... Aber das Gegenteil, also mit Gegenteil hast du mich rausgebracht. Man hat alt... Ach so, jetzt hab ich's auch. Streck. Na, wenn man da reintritt, sagt man, Mist, so ein... Äh. Pech haben wir auch. Ja, genau. Ach so. Das stimmt ja von scheißes Pech. Ja, ja, deswegen, das hat mich auch total rausgebracht. Ja, ich wusste nicht, wie ich das malen sollte. Das andere, das hab ich auch nicht gewusst, wie ich das malen sollte. Oh Gott, wie da sowas lang ist. Was ist denn da los? Ja, ja, du hast immer die Langsachen, komisch. Ja, ja. Mhm, verstehe. Oh? Ihre Schale wieder. Ah, diesmal keine Obstschale. Oh. Und dann? Dortmund-Schale. Ja. Mhm, mhm, mhm. Und manchmal ist da noch eine Grüne drin. Was ist da noch drin? Oh, nee. Dann nimmt man das so. Ja. Das sieht ja aus, ey. Ja, aber es geht eher um diese Dinger da. Tüte. Kann ich das jetzt anmalen? Ach nee, ich wollte das aber braun haben. Alter, Sascha, was ist los mit dir? Oh, Mann. Mörser und Stöße. Also, das kann man auch so malen. Wie malt man denn das? Jetzt malt es sich erst richtig. Pass auf. Ja. Ja. Was ist denn da drin in der Schale? Ja, irgendwas. Müsli oder so. Punkte. Punkte, ja, genau. Nee. Grüne, braune und schwarze Punkte. Nein, so wie eine Suppe. Was ist da drin? Ein Haar. Nein. Oh. Ich habe keine Ahnung. Kartoffeln. Das ist ja so ein endlos langes Wort. Was ist denn? Fleischbähchen. In einer Suppe. Nicht? Eine Fleischbähchen in der Suppe. Spaghetti und Fleischbähchen auch noch drauf packen können. Ja, hast du. Hätte, hätte, Fahrradkette. So. Jetzt kommt wieder was anderes Leckeres. Ja. Ich habe es ja schon verraten. Jetzt müsstet ihr es alles schon wissen. Ja. Wieso wisst ihr das nicht? Ja. Nein. Doch. Bier. Du hast lecker gesagt. Ja, ja, aber auch lecker. Kann man auch dazu nehmen. Theoretisch. Also meistens so, also sehr oft in dieser Form vertreten. Ab und zu auch in. Jetzt kommt meine Malkunst. In dieser Form. Kommt ihr bestimmt gleich drauf. Nee, nicht ganz. Kann man auch. Gibt es auch nochmal in anderer Form. Und dann halt mit so. Okay. Ja. Okay. Wollen wir noch verarschen? Verarschen wird nicht angewendet. Genau, es geht aber nicht. Genau. Ja, super. Wollte gerade sagen, das hat Juli eigentlich immer gegessen, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ja. Ja, hat er mal gegessen, jetzt nicht mehr. Er hat eine Manu die Waffe gekriegt, statt das Eis. Verstehe, verstehe. Du hast das Eis gegessen, er hat die Waffe gekriegt. Die esse ich nicht mehr. Ach, schön. Traut euch endlich? Ja, na klar. Hä? Mit einem hartes Tee. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Dem stehen die Haare zu Berge. Das Tee steht für... Ah, okay, verstehe, verstehe. Aha. Ach so. Piep. Ja, die kann man auch... Wenn man hat das in so einem hier, hat man die auch drin. So was hat Julius auch. Oh, bin abgerutscht. Ups. Macht ja nicht sowas. Ach, ist das auch wieder... Hä? Hä? Ja. Ja, nah dran, ihr seid nah dran. Ich hab es. Ich hab es. Tusche, Boston, Hammer, ihr seid nah dran. Aber Hammer ist ein bisschen weiter mit. Ach so. Okay. Jetzt hab ich's. Also, ehrlich gesagt, normalerweise ziehe ich die Gratner. Ja, ja, verstehe. Alles klar. Nein, das ist ja so. Ja, genau. Ja, so schon eher. So schon eher. Das ist dein Druckmotor, wie ich hab. Ja, ein Besen. Der malt mit einem Besen. Oh Gott. Danke, danke. Ja. Du darfst ihn auch Sascha nennen. Das passt eigentlich jetzt ganz gut. Okay, jetzt kommt's. Ach, Mädels. Das ist das Haus vom... Okay. So, was geht also um das hier? Ähm... Toput. Wie jetzt? Nein. Da kennt dich jemand aus. Ja. Sind ja genug anwesend. Mhm. Da. Nee. Ach, ja, okay. Ja, irgendwas mit Dach, ne? Richtig. Ja, ja. Dach, äh... Nein. Dachsachen. Okay, fast. Ähm... Wenn mein Dach ein Stück fehlt. Ja, Dach. Ach so. Dachputz, ja, genau. Dachschaden. Ach so. Ja, gut. Nee, Dachschaden. Egal. Judith eigentlich schon 3.315. Das weiß ich nicht. Oh. Ja, Judith, was ist das? Ich sag doch, die Frau übt. Die übt die ganze Woche, damit sie uns donnerstags abziehen kann. Ja, klar. Ja. Ja, auch ein Bonus. Mieter, Ziegler. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Zwei Bilder, ein Wort. Erste. Punkt. Nee. Miss. Eine fette Scheißhausfliege. Ja. Kommt die von Tschernobyl, oder? Ich glaube, ja. So, erstes Wort. Fliege versus. Weißer Adler auf weißem Grund. Ja, ja. Das machst du gut. Machst du sehr gut. Ich kann alles erkennen. Ah. Jetzt wisst ihr das. Ja. Ah, dann ist das ein Tipp. Ich hätte es auch so machen können. Fliegen Pilzungen. Ja. Ich hätte noch Jimmy Neutron. Oh Gott, ja. Der hatte ja da diese komische Haartolle. Mhm. Genau. Jetzt kommt sowas wieder. Leer. Oh Gott, jetzt kommt wieder was Spitzes. Ich war noch gar nicht fertig. Oh Gott. Stimmt, ja. Sie hat es wieder mit ihren spitzen Sachen. Ja. Spitzelt lang, ja. Ja. So, mal gucken, ob ich das jetzt auch richtig machen kann. Also, es könnte sein, wenn ich es halbwegs gut mache, dass es Sascha errät. Achso. Ist natürlich so ungefähr gleich groß, ne? Ja, klar. Achso. Okay. Okay, das lasse ich mal so. Machen wir mal ganz markant. Oh, toll. Wie kann man nochmal einen Schritt zurück gehen? Warte mal. Ähm, naja, also das hier hinten ist natürlich nicht rot. Ist nur das hier, warte mal, warte mal. Woher geht der Feuerwehraufzug? Ah ja. Ist schon mal, ist schon mal so die richtige Richtung, so halbwegs. Könnt ihr euch vorstellen, hier ist dann auch noch sowas drin. Aber es geht da drum, was das hier ist. Ja. Ich sag ja, er hat's schon. Ähm. Wie kann man das denn normalen hier so, bla? Ich weiß gar nicht, ob die heutzutage überhaupt noch geteilt sind. Ah, okay. Die Scheiben. So. Ja, geil sind. So wohl als auch. Ja, ne? Okay. Egal. Ja, gut, du hast es voll. Ja, jo. Hm. Ja, siehst du, ich wollte Feuerwehr, äh, Dings, ja, okay, Feuerwehr. Feuerwehrparkhafen wollte er grad schreiben. Ja, genau. Parkhaus. Parkhaus mit Anlage. Noch inner mit einem Schlüsselfetisch? Ich stehe auf dem Schlüsselfetisch. Wie jetzt? Achso. Moment, Moment. Hä? Ich stehe auf dem Schlauch. Pokemon. Ja, genau. Warum ist es nicht, Jason? Hatten wir glaube ich schon. Das habe ich aber auch schon gemalt. Manne. Ja. Äh, mein Hürst kässt gerade. Mit der Brust. Wenn die Frau Nein sagt, was kriegst du dann? In der letzten Sekunde. Cool. Ein Korb. Auch wenn sich mein Hürden auf irgendwas beschränkt war, dann ist das so fixiert da drauf. Es muss das Wort sein. Ja. Schlimm. So, machen wir mal eine andere Farbe, damit es ein bisschen auffällt. Wie provokant. Mhm. Das hatte ich auch schon geschrieben. Nein, ohne E. Manu. Das hätte ich vorhin auch schon geschrieben. Ich immer mit mein E, Alter. Ich verstehe das nicht. Eines mal. Was ist denn da los? Achso. Was ist da? Eine Nähmaschine. Also, nee. Gibt es nicht. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Freddy Faulig. Guck mal, dass es hier rumoxidiert. Jo, das musst du. Freddy Faulig, ey. Hey, wie soll ich die denn? Nee. Nee, nee, das ist ja jetzt nicht. Ähm. Also. Sie ist so komisch, ja, so. Sie ist so komisch? Ja, so komisch, so. So, dann ist hier noch so manchmal. Trauben mit Senf? Ist es schwanger oder was? Was ist denn da los, Marco? Es ist manchmal, ist das jetzt da drauf ein Wurm oder? Nein, nein, das ist alles zusammen, ja. Ja. So, ich kann das auch anders malen eigentlich, aber da habe ich jetzt... Das ist ja toll. Das ist natürlich gleich viel besser. Ah, ah. Hast du sowas noch dazu? Ja. Etwas Spitzes. Da ist es wieder. Mhm. Oh nein. Verdammt. Salat plus Mürre ist gleich das Ding? Das ist was anderes, nicht kein Salat. Salöre oder? Ne Salöre, ja. Mann, ey. Cool, Rübe. Ich hätte jetzt immerhin mal die Funktion gemacht. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich hätte das andere googeln müssen. Ah. Ja. Ähm. Okay, kommt das Eigentliche? Ach so. Und das Wort war sowas. Ne, das kann ich ja da drauf machen. Eine Bong. Ja, ganz bestimmt, Marco. Ganz bestimmt. Also eine Bong. Ne, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Geh weg. Ey. Jetzt hat er ja Dings gescheatet hier. Ja, ja, immer. Die üben alle. Was ist das? Braten, äh, Butterzeugster? Olivenöl, alles klar. Olivenöl. Echt mit Olivenöl brätst du? Ja? Gott, nee. Okay. Wenn man es zu heiß macht, dann wird es dran. Ich muss mal aufpassen, ja. Oh Gott. Genau, ja. Das ist eigentlich leicht. Hatte ich auch, glaube ich, schon mal. Nee, das ist das nicht. Wie heißt der denn? Wolf. Genau. Bei 48.000 Buchstaben ist es bestimmt nur Wolf. Achso. Ähm. So, machen wir mal. Machen wir mal hier so. Hier machen wir mal. Ja, hallo. So. Ähm. So. Godzilla. Ja, stimmt. Oh, ist der Godzilla? So. Und dann, äh, kommt etwas ganz Typisches. Da würdet ihr es gleich erraten. Godzilla mit Grauenstau. Ja. So, ne? Und so. Ja, das, das, das war es eigentlich so. im Großen und Ganzen schon. Was? Hä? Ja, ich habe anders geschrieben. Ihr müsst noch mal ein bisschen. Ja, ja, ja. Ausprobieren. Ja, Mensch, das müsst ihr doch einfach. Also, macht doch. Ach. Ah. Ja. 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 Ach, egal. Habe ich, ne, habe ich nicht. Susanne. Judith. Yeah. Platz 3. Alter, 5180 Punkte. Was ist da los mit der Frau? Ja, echt, ey. Was ist da los? Die redet kaum was, aber. Die ist richtig in Form. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt, ja, jetzt wird sie warm. Mhm. Gut, äh, wir hatten eingesprochen, Marco, war? Nee. Nee? Ich hab's nicht. Nee, ich, sorry. Ja, doch, du. Gut, dann hast du jetzt auch das letzte Wort. Schmeiß alle raus. Ja. Haut da rein. Tschüss. Gib ein Like und, ja. Nee. Nee. Äh, danke sehr, dass ihr reingeschaut habt. Uns hat es Spaß gemacht, hoffentlich euch auch und bis zu einer nächsten Runde. Scribble IU oder Scribble You. Tschüss. Ja, wie ihr wollt, könnt ihr euch aussuchen. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.